Moin moin ihr Lümmel. So, die Sonne geht auf und mein Besuch denkt nicht daran zu gehen. Also werde ich ihn wohl bitten müssen. Oh Gott. Oh, hallo. Hm. Viel Platz haben wir nicht mehr. Mal schauen, ob die was für uns haben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, doll war jetzt nicht. Aber gut. Ah, jetzt stink ich, ne? Scheiße. Egal. Stinken wir halt eine Runde. Könnt ihr mal ein bisschen trinken, ne? Auf die Helme. Äh, 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 äh. War das hier nicht, ne? Hier gibt es kein Büro oder sowas, ne? Na gut, dann werden wir mal nach Hause. Einen Schatz wollen wir ja auch noch. Können wir nicht eine Abkürzung fahren? Kann ich hier die Straße runterfahren? Schau mal. Sonst ja nur links halten. Da müsste irgendwas sein. Hier ist ein Auto. Nagelpistole. Oh. Nett geparkt. Jetzt trinken wir noch ein Bier. Hab hier ein bisschen Platz. Ich hab hier eine zu Hause. Das reicht schon. Alles gut. So, das können wir alles jetzt nicht gebrauchen. Das auch nicht. Das ist ein Auto. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut, schauen wir mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott, hier ist doch noch einer. Oh Gott, hier ist doch ein Krabbeler. Oh Gott, hier ist doch ein Krabbeler. Gut. Oh Gott, hier ist doch ein Krabbeler. 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 Okay, das kommt rein. Okay, das kommt rein. Schnell. Die E-M-Fieder mit. Gut. Nicht schlecht. So, kommen wir mal nach Hause. Jetzt ist mir was eingefallen. Ich wollte ja eigentlich so lang, damit wir den Abwurf holen. Aber gut, das ist ja jetzt nicht so wichtig. So, wie fahren wir jetzt? Wir fahren jetzt über die Brücke und dann links hoch. Warte mal. Ich geh doch mal weg. Danke. Hier kann ich ja noch was verstauen. Hier kann ich ja noch was verstauen. Jetzt dürfte was keiner mehr riechen. Mal gucken. Und hier fahren wir jetzt vorbei. Wir fahren jetzt mal kurz. Und hier laufen wir jetzt natürlich nicht vorbei. gutes Zeug immer diese verlockerung hier ja das brauchen wir nicht danke mit dem Fleisch hat sich aber auch gelohnt man man jetzt habe ich keinen Platz mehr für den Inhalt des Abwurfs was mache ich denn da jetzt verdammt auf die kann ich erst mal verzichten mache ich habe hier noch eine neue hier auch schon mal ein bisschen Platz ok ok nichts interessantes beziehungsweise nichts was wir brauchen hier wird nichts liegen gelassen hier wird nichts liegen gelassen hier wird nichts liegen gelassen naja ganz kurz zu dem Händler wollten wir rein hat ja neues Zeug da ja ja an so einem Tag ist nichts dran ne das ist schon schon toll irgendwie ok halt ähm bisschen Geld müssen wir mitnehmen und guten Tag hallo so die kannst du erstmal schon mal haben hier so Kettensinkteile hat er immer da eh so man 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 schlecht schlecht da habe ich jetzt leider keinen Platz hier wo 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 ich den nichts brauchbares okay gut Tag 51 werde ich mal dann zum anderen fahren, den nochmal abchecken weil Tag 53 ach ich habe jetzt gar nicht geguckt Tag 53 müssten sie ja 9 stuff haben so dass ich beide mal abgecheckt habe aber jetzt muss ich meine ganzen tollen Sagen jetzt erstmal wegbringen 3 3 4 5 6 7 8 9 10 äh 13 nur 13 hallo Mindestabstand kriegt man diese Platten hier die ich jetzt gerade an den Oberschenkeln trage kriegt man die für den ganzen Körper wisst ihr das? würde mich ja mal interessieren könnt ihr mir ja mal reinschreiben da unten so, trautes Heim Glück allein Leute ich habe trinken ohne Ende trinken ohne Ende trinken ohne Ende hier läuft was und hier ist keine Schrei rein das ist ja auch strange so und hier ist noch was Halt ja Jagdgewehr da hin darunter ah không ich das w ich da vielleicht von ich es Ich habe ja sogar noch eine Schuppe hier. Ach, nee. Kommst doch gleich her. So, packen wir das Geld rein. Hier. Gut, dann haben wir den Rest. Alles ruhig hier. Trotz laufender Ofen. Vielleicht liegt das an meiner Anwesenheit. Also an meiner fehlenden Präsenz. Die letzten zwei Tage. Hier. hier wohl zu viel geld in der tasche das futter weg hier den neben hau ich gleich rein ein Eisen kann ich gleich mitnehmen kommt auch gleich in den Ofen dann Munition ja Leute brauchen ja fast keine Munition mehr selber machen ah ne die brauche ich ja 1500 Schuss fast 2000 hm 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 eine schatzjagd können wir uns erst mal klemmen 4 8 16.000 hallo ach schön 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 wo habe ich denn mein sprit gelagert gut immer gleich mein messe anschärfen neues mitnehmen kann ich gleich holz drauf ballern 3.000 hier und 3.000 hier so später so war hier noch mit nein ich merke mir das nie die kids sollten auch reichen gut ich glaube wir brauchen nicht mehr anfangen mit dem graben jetzt das lassen wir das machen wir nächsten tag davor fahren wir mal ganz schnell zum anderen händler wie gesagt und dann beenden wir die grabe session und spicken den graben dann endlich mit den spitzen also bis dahin macht's gut ciao